Wie ist es so, hier im Tor zu stehen beim Beast Soccer? Sehr schmutzig. Macht es aber trotzdem ein bisschen Spaß? Ja, auf jeden Fall. Sehr interessant. Uns interessieren nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern auch die Geschichten rund um den Sport. Also meldet euch bei uns, wenn in eurem Team der lustigste Libero spielt. Wenn eure Fans die beste Choreografie zu bieten haben. Oder wenn euer Platzwart den schönsten Traktor fährt. LigaWebTV – 100% Sport